Hallo und moin liebe Freunde der Pokémon DCG World. Ich muss einmal kurz die Kamera ein wenig richten. So, dass wir so ein bisschen auch nur das Pokémon Stuff drauf kriegen. Ich denke, das sollte so erstmal okay sein. Und zwar haben wir jetzt, nachdem wir um 10 Uhr mit dem Sohn und Mann die Pikachu-Zwingen geöffnet haben, wo übrigens noch eine wundervolle Pikachu-Promokarte mit Geschenk-Zunge war, aber das werden wir alle sehen heute um 17 Uhr. Wenn wir dann endlich nochmal real, mein Pokémon Go beinahe durchgehen, habe ich hier noch einen Kauf vom guten Dennis aus Berlin, den wir jetzt zusammen öffnen möchten. Und bei Käufen kann ich euch garantieren, ist auf jeden Fall ein Hit am Start. Denn Käufe sind natürlich gezielt gesuchte Karten, die ich in meiner Sammlung für das dreisprachige Master-Set Pokémon Go, so wie ich es beim Celebration auch geschafft habe, wo ich sehr stolz auf bin für mich selber, das Ganze auf drei Sprachen als Master abzuschließen. Natürlich fehlen mir da die Goldkarten, aber da die vom Preis doch auf jeden Fall eine ganz andere Liga waren, habe ich mir gesagt, wenn ich irgendwann mal durch Zufall darauf stoße, dann werde ich mir die holen. Aber jetzt zu dem Preis, wo die im Netz angeboten werden, können die Celebration Goldkarten, ich glaube, Grugak und Pikachu waren das, ruhig erstmal away bleiben. Denn jetzt sind wir schon so krass am Pokémon-Go-Set bei, dass ich konnten die folgenden Sets wie Verlorene Ursprung, dann das mit dem Schurmwinde, wo Evoli das, ach wo, Evoli? Come on, Wohlpix, das Chase-Pokémon ist, ähm, natürlich Lugia, äh, Lugia-Eye-Art. Was bin ich denn los heute? Ähm, komme ich da gar nicht mit, also wirklich, äh, meines Helps voll zu sammeln. Jetzt haben wir hier, Überraschung, viel Erfolg von Dennis. Könnt ihr das lesen? Wahrscheinlich ist das besser zu sehen, wenn ich diese Karte entferne. Da haben wir das, Überraschung, viel Erfolg von Dennis. Die kommen auf jeden Fall auch in den Pokémon-Fanpass-Order, den man sich unbedingt mal wieder auffrischen muss. Die Karte kommt, so wie alle Karten von Pokémon, in eine Perfekt-Zeit-Sleeve. Und dann schauen wir uns erstmal die Überraschung an. Haben wir nämlich einen, nice, Arceus V. Aus dem ZS9. Die kommen auf jeden Fall wieder in die Sleeve rein hier. So, doppel gesleeved, um so auf jeden Fall immer Hashtag Dennis in Erinnerung zu bleiben. Und dann kommen wir hier zum Kauf der Karte. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall Pokémon Go. Ich fühle keine Struktur. Also kann es ja maximal eine Holo sein. Aber das Ganze sehen wir jetzt, wenn wir es umdrehen. Und zwar in 3, 2, 1, let's go. Haben wir hier doch eine Struktur. Nämlich die Ei, Brutmaschine, Pokémon Go, Deutsch, Goldkarte, Leute. Damit müssten, glaube ich, alle drei Goldkarten, wie im japanischen, vorhanden sein. Aber auch das sehen wir heute Abend, wenn man sieht, sich nur noch mal die Pokémon Go bei den ja durchschauen. Ich kann nur sagen, großen Dank an Dennis. Lasst einen Daumen nach oben da für Dennis. Abonniert gerne, wenn ihr nicht habt. Schreibt Kommentare. Lasst eure Einflüsse, teilhaben, meines Daseins. Und, wie denke ich, können jedes Ziel zusammen erreichen. Drum, let's go. Come on and catch it all. Euer Pokémon-y.